Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal und zu Ready or Not. Ich spiele heute gemeinsam mit dem Freisler, dem Kaiser, dem Mega-Ogmo und dem Hundescheißer. Wir spielen auf dem Map Hotel und zwar Barricaded Suspects. Wir spielen das Game sehr taktisch und ich hoffe es gefällt euch. Wenn ihr auch mit uns spielen wollt, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu unserem Discord-Server, den ihr gerne joinen könnt. Gute Ausstellung. Verstanden, still mich auf. Bremenbrüche. Lagemeldung. Keine Falle an der Tür. Linke Seite. Zivilist. Auf ca. 10 Uhr. Tür geschlossen. Verängstigt. Keine Waffe. 12 Uhr. Tür. Tür geschlossen. Rechte Seite. Nicht einsehbar. Wir werden brechen. Wir gehen nach links weiter. 4 und 5. Blockiert. Tür gerade und rechts. Soweit verstanden? Ja. Wir gehen links und machen links Aufstellung und sichern den Zivilisten. Ready to breach. 1 ready. 2 ready. 3 ready. 4 ready. 5 ready. Go. I'm over here. F***ing help me. Jesus. F***ing. Hands up. Put your hands down. Down on your knees. Ergebt sich. Door geradeaus. Segen ist sicher. My mom has a Mexican maid. I have no one of us behind. I have no one of us behind. Talk reporting. Roger that. I have no one of us behind. I have no one of us behind. I have no one of us behind. But I? I? Blockieren die Tür. Welche? Da. Wo wir alle gerade hinstanden. Ach Gott. Ähm. Micha blockierst du die Tür auf die gerade? Auf deine 12 Uhr? Hi. Hey. Und danach wieder Aufstellung bei meiner Tür. Wie was wie was was wo wo? Was was das wie wie was wann? Da. An dieser Tür doch. Ja. Da unten eine Door Wedge hinpacken. Ach. Da ist der Punkt. Ja. Also du bist die Umständlich-Möchner. Aber der Punkt für die Door Wedge ist immer dort wo die Tür klingt. Ja. Ja wie gesagt. Noch nicht gemacht. Okay. Du willst durchgehen ja? Äh. Pfeisler? Ja wir stellen uns jetzt bei meiner Tür auf. Wie gesagt. Ähm. Ich sehe hier keine Fallen. 12 Uhr. Tür geschlossen. Links neben Tür. Plätscher. Zimilis. Rechte Seite. Tür nah. Offen. Badezimmer. Keine Einsicht. Circa 5 Meter weiter. Rechte Seite. Keine Einsicht. Ready to bridge. Äh. Spieler 1 ready. 2 ready. 3 ready. Ohne Flash. Okay. Ready. 5 ready. Ready. Tür rechts. Geh weiter vor. Gang rechts. Sicher. 4 5. Haltet Gang rechts. Wir stellen uns bei weißer Tür auf. Badezimmer sicher. Sehe hier keine Fallen. Rechte Seite. Auf circa 3 Uhr. Tür geschlossen. Linke Seite. Circa 10 Uhr. Vorsicht. Suspect. Schotflinte. Suspect. Stift vor der Tür. Ready to bridge. Ready to bridge. 2 ready. 2 ready. 2 ready. Go. Aspect down. Eins Aspect dort. Dann wir sichern uns jetzt in rechten Bereich. Dann sichern wir den Toten. Gut. Badezimmer schaut leer aus. Ich gehe alleine rein. Ihr sichert die Waffe. Genau. Wieder hinten. Dann ist Aspect. Waffe gesichert. Gut. Dann Ausstellung bei 4 und 5. Verstanden. Gehe in Position. Sehe keine Fallen. 12 Uhr. Durchgang. Offen. Großer Bereich. Keine Einsicht. Rechts neben Durchgang. Auf circa 1 Uhr. Zivilist. Bauarbeiter. Keine Waffe. Fangstack. Ready to bridge. 3 lines ready. 2 ready. Wir sind Spieler. Ist die falsche Bezeichnung einfach nur die Zahl. 3 ready mit Flash. Okay ready. 5 ready. Go. Läufer. Rechts. Pushen. Ein Läufer. Linke seid nicht höher auf dem Vorsicht. Mehr Läufer. Einer ergibt sich. Rechts ist noch einer. Dann. Rechts ist gelaufen. Schließt die Tür. Gut. 4 und 5 halten am Tür gerade und sicher ein Zivilist. Sicher ein Zivilist. Ja. Wir wechseln durch. Ausstellung bei meiner Tür. Jawohl. Verstanden. Bin auf dem Weg dorthin. Achtung. 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 Vorsicht. Läufer. Ergibt sich Situation unter Kontrolle. Ja. Gut. Wir gehen rein. Schild vor. Nein. Das macht sich. Ihr setzt die Aufräumkupe. Go. Geht's nicht ergeben. Verstanden. Verstanden. Voraum gesichert. Verstanden. Micha du sicher als Zivilist. Wir gehen zurück. Wir gehen nach rechts. Weg. Vorsicht. Kreuzer. Sehe keine Fallen. Auf circa 1 Uhr. Durchgang. Dunkel. Bauarbeiter. Unbewaffnet. Verängstigt. Ready to bridge. Warte, warte, warte. Ich kann mal kurz kommen. Wo bist du? Wir sind an der Tür mit dem roten Licht. Auf der rechten Seite. Eins. Ready. Zwei. Ready. Drei. Ohne Flash. Go. Hier ergeben. Jawohl. Verstanden. Eins. Sichert ihn. Zwei. Da schließen wir auf. Bestätige G-Information. Keine Falle. 12 Uhr. Blockade. Durchsehbar. Rechte Seite. Tür. Tür geschlossen. Blockiert. Tür gesichert. Am Betonhaufen. Hinter Betonhaufen. Womöglich. Suspect. Schutzmaske. Bewegt hier auf Tür zu. Regulativ geht nach links weg. Linke Seite. Durchgang. Rechts im Durchgang. Tür. Tür geschlossen. Sehe keine Fallen. Suspect befindet sich jetzt auf der rechten Seite. Ready to bridge. Eins. Ready. Zwei. Ready. Are you ready? You're ready. Ergibt sich. Nach links. Nach links. Eins. Zwei. Gieß nach links. Vier und Fünf geht weiter zu Stiege und blockiert für Unten und Stiege oben. Richtig. Positiv. Verstanden. Nummer zwei. Tür knacken. Vorsichtig für alle entschärfen. Jawohl. Habe verstanden. Wechsel zum Lockpick und schließe die Tür auf. Beide Türen gesichert. Die Tür ist offen. Ich öffne die Tür und entschärfe die Falle. Wechsel zum Multitool und entschärfe. Falle entschärft. Diese Tür warten auf drei und vier und fünf. Aufgeschlossen. Verstanden. Linke Seite. Offener Bereich nicht einsehbar. Zwölf Uhr. Durchgang nicht einsehbar. Davor Zivilist am Boden. Rechte Seite. Lagen. Auf circa ein Uhr. Durchbruch. Keine Einsicht. Wenn wir breachen, dann geht Nummer eins nach links weg. Nummer drei bin ich. Der geht nach rechts weg. Sieht den kleinen Raum. Nummer zwei. Geht nach links. Vier. Geht rein. Geht rein. Sicher Zivilist. Nummer fünf. Bricht gerade durch. Und blockiert die Tür. auf der rechten Seite. Soweit verstanden? Yo. Yo. Ready to breach. Eins ready. Zwei ready. Drei ready. Ohne Flash. Okay, ready. Fünf ready. Go. Hattar, über links. Vorsicht. Get down and put your hands up. Hang up. Zwei rück vor, hinter eins. Links gesichert. Bestätiger. Tark reporting. Dann. Ich sehe keine Falle. Direkt vor Tür. Suspect. Rechte Seite nicht einsehbar. Ready to breach. Eins ready. Zwei ready. Wollen wir nicht mit C2 breach? Wiederholen. Negativ ramme. Jawoll. Eins ready. Zwei ready. Drei ready. Ohne Flash. Okay, ready. Zwei ready. Go. Vorher einstellen, vorher einstellen. Ich pushe, pushe, pushe. Geh mit, klebt ihr am Hintern. Hab ihn geschlagen. Taser, taser, taser. Ziel ergeben. Verstanden? Vier, fünf. Sichert ihn. Wir gehen gleich weiter. Aufstellung. Jawoll, wir gehen mit dem Aufstellung. Direkt vor Tür. Suspect. Rechte Seite, Durchbruch. Keine Einsicht. Linke Seite, keine Einsicht. Ready to breach. Eins ready. Zwei ready. Drei mit Flash ready. Vier ready. Fünf ready. Go. Einhaltshergeben. Rechte ergeben. Doppeltür, Ausstellung. Jawoll, Raum gesichert. Keine Fallen. Linke Seite, Tür, Tür geschlossen. Rechte Seite, Durchgang, Dunkel. Keine Sichtkontakt. Geine Sichtkontakt, Report. Eins, zwei, drei. Breach nach links. Also geht dann durch. Also breached hier. Geht nach links. Aufstellung bei Tür. Vier und fünf geht nach rechts. Sichert Bereich. Haltet Türen. Soweit verstanden? Jawoll. Jawoll. Ready. Good. Ready to breach. Eins ready. Zwei ready. Drei ready. Oder Flash. You're ready. Fünf ready. Go. Audio links. Vorsicht. Links safe. Dann Ausstellung. Ich möchte gerne, dass das Schild vor der Tür steht, wenn wir breachen. Sehe keine Fallen. Auf circa 11 Uhr. Zivilist. Verängstigt. Keine weit rein. Seht den Raum. Ready to breach. Eins ready. Zwei ready. Drei ready. Ohne Flash. Go. Zivilist ergibt sich. Zwei sicher Zivilisten. Wie durchgeführt. Links safe. Ich gehe nach rechts weg. Rechts. Rechts alles safe. Warum geh sich jetzt schließen? Auf zu vier und fünf. Zivilist gesichert. Schuss. Da, ja. раш- Ich gehe nach rechts. Schuss. Ja. Ich gehe nach rechts. Hallo. Ges Uhr. Ich gehe nach rechts. Ich gehe nach rechts. Ich gehe nach rechts. aufgeschlossenen Mundgang weiter sichern. Verstanden. Folge, Befehle vollgang. 1 ready. 2 ready. 2 ready, Udi Flash. 4 ready. 5 ready. Go. Gebt sich. Weiter pushen, weiter pushen. Alles safe bisher. Verstanden. 4 sichert Zivilisten. 1, 2, zurück, zurück. Falle zurück. 4 und 5 gehen durch. Blockieren Tür. 1 und 2 haltetür. Erste Tür. Achtung mit der linken Tür. Die ist offen. Suspect. Aktivität hier links im Raum. Verstanden. 4, 5, weiter pushen. Andere Türen blockieren. Ich sicher. Verstanden. Wenn möglich. Tür schließen. Blockieren. Verstanden. Schließen Tür. Dann ausschließen. Einverstanden. Bereit machen zu Breach. Mach mich bereit zu Breachen. C2 Breach. Jawohl. Verstanden. Wechsel zu C2. C2 wird angebracht. Wie nahe muss ich wegstehen? Wie weit muss ich wegstehen dafür? Mit Schild reichen 3 Meter. Ohne Ding weniger. Wir haben. Ich gebe euch eine Auflösung. Sarspill steht genau auf der Tür. Bewaffnet. Zwölf Uhr dahinter. Offener Türrahmen. Großer Bereich. Rechte Seite. Tür. Badezimmertür. Könnt ihr durch Explosion aufgehen. 5. Ready to Breach. 1 ready. 2 wie immer ready. 3 ready ohne Flasch. 4 ready. 5 ready. Go. 1. Warte zimmer offen. Wir pushen nach rechts weiter. Rechte Seite frei. 4 geht durch den Geheingang. 5 sicher, Aspekt. Verstanden. Alles laut und deutlich verstanden. Ich bin über dir, Schild. Ich bin auf deinem rechten. Rechts sicher. Rechts eine Tür offen, gerade zugeschlossen. Ich versichere rechts. Rechts gesichert. Ausstellung, Holztür. Ja, ich bin sicher. Siehst du immer durch den Spiegel? Äh, positiv. Ein Zivilisten. Sonst keine weiteren Person. Steht im Türrahmen zwischen Schlafzimmer und Badezimmer. Bestätige, habe Schatten von Zivilisten gesehen. Ready to bridge. Eins, ready. Zwei, ready. Zwei, ready. Und in Flash, go. Ergibt sich. Verstanden. Gehe weiter. Badezimmer safe. Verstanden, eins, sicher Zivilist. Verstanden, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aufstehen in einer Linie. Wir gehen da weiter. Jawohl, stelle mich Informationen auf. Eins, erster Mann. Geht vor. Eins, nach links. Alles safe. Dann, bis zur zweiten Tür vorrücken. Bis zur dritten Tür vorrücken. Korrigiere. Okay, dann. Haben Sie den Suspekt schon bestätigt? Wo Suspekt? Der links im Raum. Der ist bestätigt. Der ist bestätigt, ja. Eins, weiter. Der rechts. Rechts. Tür offen. Links geschlossen. Dann, Ausstellung links. Rechts muss gesichert sein. Rechts gesichert. Dann, Ausstellung. Sehe, keine fallen. Linke Seite. Türrahmen, Türrahmen offen. Dahinter noch eine Tür. Verschlossen. Ready to bridge. 1 ready 2 ready mit flash 5 ready go schild vor schild vor schild halten halten gerade fliegt bingistan 2 vor verstanden ausstellung rechte tür keine falle niemand drinnen 1 und 2 brechen zu zweit wenn ihr bereit seid brechen jawohl wird ausgeführt das ist alles leer ok 1 ready 2 ready go alles safe verstanden marschposition einnehmen und zur treppe vor rücken zu der jahre haben gerade durch ich los durch 2 muss vorgehen er ist mir auch aufgefallen aber ich dachte mir lassen wir machen nur noch nie gut in mathe ist nicht schlimm ich bin mit mathe auch total die niete also der rom existiert nicht vielleicht kommt er noch nach links am 4 auf der anderen zeit wahrscheinlich keine falle oder und rahme aufmachen nur aufmachen wir gehen dann wieder marsch tür ist offen rücke vor aufstellung tür von den ganzen stufen tun wir schon die beine weh du negativ alle falle 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 durchgeführt jawohl wird durchgeführt falle wird entschärft falle entschärft verstanden wir gehen einfacher breech nicht wirklich müsste es mir mal erklären nein einfacher breech ist ohne rahmen ohne rahmen also normal tür öffnen wir gehen alle nach links weg soweit verstanden marschposition gut und oben öffnen sie normal aber jetzt hier nicht so einfach den richtigen punkt zu finden alle ready 1 ready 2 ready 3 ready ohne flash 4 ready 1 ready 5 ready 5 ready 5 ready hands up drop your knees rechts links sauber gut wir gehen nach links weiter 1 1 marschposition ja jan ist halt vor mich gelaufen ja hab ich gesehen tut mir leid ich bin der praktikant ähm jan zweiter jan du kannst schleichen wenn er gedübt ist also dann langsam gehen dann überholst du nicht immer rechts für geschlossen gut ähm 5 blockiert tür wir gehen weiter gang entlang ist gesichert rechte seite tür aufstellung tür gesichert verstanden aufschließen aufstellung tür gehen position sehr keine fallen rechte seite Tür geschlossen 12 uhr Tür Tür geschlossen linke seite Tür geschlossen suspect in offertür ready to breach 1 ready 2 ready 2 ready 3 ready oder flash ok ready go halten halten schild zurück türrahmen halten 5 und ja 5 und 3 blockieren alle anderen türen durchführen durchführen nein suspect down suspect down ei trotz nur ein weiterer läufer 5 war alle türen blockiert gut rechts ein suspect in bewaffern hat sich ergeben verstanden pushen 1 2 3 pushen 1 2 3 pushen down is down minus gute arbeit schild schild weg 45 rein aufräumen eins geht vor er wohin ist gesichert zurück schließen wir gehen über die nächste tür vier und fünf räumen auf magazin überprüfen magazin voll verstanden keine falle auf 12 uhr tür tür geschlossen rechts nebentür zivilist unbewaffnet linke seite einbuchtung keine einsicht ready to bridge 1 ready 2 ready 3 ready go eine hektische zivilistin auf der rechten seite 1 ergeben 1 ergeben 1 ergeben 1 ergeben verstanden 2 4 und 5 sichern unsere Tivilistin bald fertig ich kann leider nichts mehr sehen ich kann nur noch schild geben verstanden ähm wir haben auf 11 uhr Sie haben auch noch eine Falle. Ja, die haben schon sterbt. Was? Ja, aufräumen. Die wollen wir nicht buchen. Tür auf, Tür auf, Tür auf. Ein Läufer. Verstanden. Schild halten. Die meiste Granate. Hat mich jetzt noch keine Waffe gestorben. Die Schuld ist dann. Verstanden. Läufer getasert. Läufer getasert. Verstanden. Aufräumen, alle, Mann. Keine Falle. Frage hier wegen vor, weil der Zivilist ja aufgestanden ist und uns die Tür freundlicherweise geöffnet hat. Wenn ihr einen Raum sichert und wir gehen weiter, dann muss vier oder fünf uns folgen und dann räumt der andere alleine weiter. Daher sind eh nicht so viele Leute drinnen gewesen. Dass immer einer hinten ist und uns gleich aufräumen kann, dass wir durch pushen können. Soweit verstanden? Jo. Verstanden. Gut. Glamme Tür auf. Wir gehen mit Marschformation weiter zum anderen. Einfach öffnen. Jan, lass mich durch. Du blockierst du. Ja tut mir leid, zur Zeit pass mal nicht da durch. Ja, nach links. Zur Tür, äh, zurück zur Tür, die wir blockiert haben. Wie war das welche jetzt? Links. Aufstellung Tür. Hab mich aufgestellt. 12 Uhr Türrahmen, offen, großer Raum, niemand zu sehen. Rechte Seite, Tür, Tür geschlossen. Linke Seite, Einbuchtung, keine Einsicht. 1, 2 geht nach vorne, halten Türrahmen. 5 und 3 blockiert Tür links und Tür rechts. 3 geht nach links, 5 geht nach rechts, Tür blockieren. Endlich verstanden? Jawoll. Ähm, wiederholen? 1, ready? 2 ready. 3 ready, ohne Flash. 5 ready. Go. im türrahmen stehen bleiben im türrahmen stehen bleiben gut wir gehen weiter 1 2 3 nach links 4 und 5 nach rechts küche küche halten 4 und 5 durchführen durchführen nach links verstanden sind auf dem weg dahin 4 und 5 sichern selbstständig diesen raum nur ein zivilist drin 1 2 3 mir folgen alles klar badezimmer keine fallen starstbeck genau vor türen bereiten wir uns um 2 2 ready 2 ready ohne flash go 1 ergeben verstanden ich sichere wir haben alles auf dieser mit alles in schärf jawohl jetzt bin ich mal gespannt welche bewertung wieder bekommen ich glaube wir haben ja ein unschuldigen getötet beziehungsweise ein saspekt der sich ergeben hat am anfang aber sehr schön das erste mal die leute die wir noch nicht gespielt haben sehr schön und wenn ihr noch mehr videos von ready or not sehen wollt noch mehr von freister kaiser hundescheiße und natürlich auch den lieben netten mega auch wo lasst einfach mal ein abo da und wenn ihr mit uns spielen wollt wie gesagt schon unserem disco server wir freuen uns über zuwachs bis zum nächsten mal bei bei